Hey, und Vorsicht, keine Schnappatmung bekommen, endlich ist es soweit, das neue Minecraft PvP und Combat Update wird angeteasert in einem neuen Snapshot, diesem hier. Ich hab mir das mal gezogen und was es da alles Neues gibt, wie das neue Kampfsystem aussehen wird, das seht ihr jetzt in diesem Video. Wir legen gleich los, vorneweg noch, falls du neu bist, mich noch nicht kennst, es würde mich freuen, falls du nicht vergesst, den Kanal noch zu abonnieren, denn da landen noch alle weiteren Update-Videos bei dir in der Abo-Box. Das wäre super praktisch, vielen, vielen Dank, wenn du dran denkst und idealerweise die Benachrichtigungen einstellen und ich werde alles weitere über das PvP-Update natürlich ebenfalls bringen, denn ich lade immer Update-Videos hoch und vieles mehr. Naja, so, let's see it, go, 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 go. Dann zunächst mal den Snapshot, den könnt ihr euch so nicht bei euch im Launch installieren, um es selbst auszutesten. Ich werde euch in der Videobeschreibung etwas verlinken, das ist ein Reddit-Post von Jeb, da könnt ihr euch dieses Combat-Test-Update ziehen. Wir haben gerade hier 1.14.3 Combat-Test drauf, das ist anders als sonst, ihr müsst euch da eine Datei runterladen, eine ZIP-Datei und diese Versions, dieses Version-File bei euch im Ordner installieren. Dazu einfach in den Minecraft-Ordner rein, Versions und dann das Exportieren, den Ordner einfügen und dann im Launcher als Profil diese Version auswählen. Es geht nicht über den normalen Minecraft-Launcher, warum auch immer. So, und ja, das ist offiziell vom richtigen, ich hab geguckt, cooles Gerät. So, ich werd mal kurz durchgehen, was es da so alles Neues gibt, wenn ihr es geschafft habt installieren, wie seid ihr Bescheid. Es gibt einiges an Änderungen und ich hoffe mal, ihr mögt es. Gut. Fangen wir an mit den Kritikpunkten, die genannt worden sind, weshalb ein PvP-Überarbeitungs-Update kommen sollte von den Entwicklern aus. A, das Kampfsystem ist zu langsam für wirklich interessantes Kämpfen, ist einfach nicht spannend genug. Die DPS ist zu niedrig, man macht nicht genug Schaden, um Regenerationseffekten entgegenzuwirken, durch Beaken und was weiß ich nicht allem. Und für neue Spieler kann es auch verwirrend sein. Die Rüstung ist halt auch nicht balanced und auch auf andere Minecraft-Versionen, Badrock und so gab es da auch Probleme. Gut, hier wurde folgendes geändert. Punkt Nummer 1. Zuerst. Die Attacken sind generell schneller. Man kann schneller schlagen, als ihr es jetzt die ganze Zeit konntet. Ich hab mir mal ein Diaschwert gezogen und wenn wir da mal drüber gehen, ihr seht, die Werte sind etwas anders. Ab sofort hat ein Diaschwert 3 Attack-Speed. Es hat noch mehr Angriffsschaden. In den früheren Versionen hat es 7 Attack-Damage, jetzt hat es 8 Attack-Damage. Es macht mehr Schaden. Außerdem gibt es einen neuen Wert, der hinzugefügt wurde, das steht da unten drunter. Die Attack-Reach, das heißt die Angriffsreichweite. Wie weit kann man, oder wie weit reicht dein Arm sozusagen? Kann ich mal testen, wenn wir ein paar Creeper stehen haben. Ich komm mal kurz hier an, okay, geht noch nicht, geht noch nicht, geht noch nicht, geht noch nicht. So, das sind dreieinhalb Blöcke. Das sind einfach mal dreieinhalb Blöcke. Danke, ich kann von hier, fühlt sich für mich jetzt ziemlich weit an, man muss sich nicht so dicht kommen. Ich weiß nicht, wie es vorher war, aber da gibt es auch Variationen drin. So, wir ziehen uns mal ein paar von den Tools raus und schauen mal, was die alle haben für, ja, für Werte drauf. So, fange ich mal an. Toils, Stein, Eisen und Gold. Das sind alles Schwerter. Äh, es sind keine neuen Waffen hinzugefügt worden in diesem Update, sondern erstmal nur die alten angepasst wurden. Außerdem müssen wir sagen, es kann sein, dass sie natürlich noch weiter angepasst werden, das sind nicht die finalen Werte, aber eventuell sieht er schon, welche Richtung es gehen soll und was so im Groben verändert wurde. So, Holzschwert hat drei Attack, äh, drei Attack Speed, fünf Attack Damage und 3,5 Attack Reach. Mit fünf Attack Damage, das ist, äh, das ist, ja, was für ein Steinschwert. Also praktisch alle sind ein Schadenswert hochgelevelt worden. Das Eisenschwert ist jetzt so stark wie früher das Diaschwert und das Steinschwert so stark wie das Eisenschwert und so weiter und so fort. Gold hat weiter fünf Attack Damage, ähnlich wie das Holzschwert und die Attack Speed und Attack Reach ist bei allen aktuell gleich. Also Schwert hat dieselben Attribute. Was eventuell noch interessant ist, was ich auch mal gucken würde, ist Trident. Wie sieht es denn aus mit dem Trident? Der Trident hat eine längere Attack Reach. Das ist ja, also Dreizack, eine Art Speer und der Dreizack reicht vier Blöcke weit. Das ist, das ist ein gutes Stückchen. Warte mal, eins, zwei, drei, vier. Also wenn ich auf den Block stehe, dann einen Creeper setze. Da müsste ich den von hier erreichen. Guck mal, wie weit das ist. Das ist der übelste Speer. Ja, cool. Also, gut, man kann ihn ja auch werfen und so und dies und das, ne? Aber, ähm, vier Block Reich weit. Das ist nett. Übrigens, äh, ich glaub, das kann man auch messen, wie weit man abbauen kann. Mit dem Dreizack kann ich abbauen. Ne, mit dem Schwert kann ich auch abbauen. Kam mir grad zuvor. Was ist denn das für ein Attack Range? Kommt immer schon so weit abbauen, dass... Mein Arm reicht auf einmal so weit. Konnt man immer schon so weit abbauen? Im normalen Minecraft? Okay, kommt mir so weit vor. Egal. Ähm, aber das ist ja nicht alles. Es gibt ja noch weitere Waffen. Schwerter ist ja nur die eine Geschichte. Und, ähm, wir haben ja noch... Also, drei Zeichen was Besonderes. Wir haben noch Folgendes. Wir haben noch Äxte. So, Äxte haben ebenfalls Änderungen. Da ist aber keine Attack Reach dabei. Die Deer-Axt ist... War die schon die ganze Zeit auf 9? Ne, die war auch auf 8 vorher. Die hat sich ebenfalls um 1 erhöht, so wie es aussieht. Aber Äxte haben keine angegebene Attack Reach. Okay, vielleicht kann man trotzdem auch nochmal testen, wenn ich den da hinsetze. Äh, wie... Ah, da bewegt sich halt jetzt wieder die. Okay, Axt hat definitiv eine kürze Reichweite als ein Schwert. Kommt mir jedenfalls klar vor. Und Dreizack, ja, Dreizack-Rage. Ja. Äh, ist ein bisschen schwer zu messen. Vielleicht kann ich es mit No-AI-Mops machen, dann... Ich mach mal No-AI-Mops. Okay, mit No-AI ist es etwas angenehmer. Kann ich auch hier einsetzen. Und wenn ich da mal ankomme, hier, so ein Dreizack, so langsam näher... Äh, das ist ultra weit. Das ist voll weit. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. So. Dann, ähm... Dann der nächste Punkt. Und jetzt festhalten, das zieht euch die Socken aus. Das hat es in sich. Thema Schlag-Cooldown. Gibt es nicht mehr. Wurde entfernt. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Sie können jetzt wieder klickspammen. Kleiner Nachteil, egal wie viel Sie klickspammen. Es macht keinen Unterschied, ob Sie klickspammen. Oder ob Sie die Taste einfach gedrückt halten. Es gibt noch einen Cooldown. Ihr seht ihn unten rechts. Ich hab hier den Indicator eingeblendet, neben der Hotbar. Er taucht noch auf, aber der zeigt jetzt wirklich nur die Angriffsgeschwindigkeit an. Wie schnell man angreifen kann. Drei Attack-Speed. Bei einer Hake sind es beispielsweise vier Attack-Speed. Da geht das schneller. Und, ähm... Das ist die maximale Angriffsrate, die es halt gibt. Selbst wenn man spammt oder schlägt. Das Schwert schlägt gleich schnell. Und... Also früher war es ja so, wenn der Attack-Indicator nicht komplett aufgeladen ist, man gespammt hat. Da hat man auch nicht den vollen Schaden gemacht. Das gibt's hier nicht. Das Schwert macht immer vollen Schaden. Aber man kann auch nur schlagen, wenn der Indicator voll ist. Nicht zu verfrüht oder wie auch immer. Das ist die nächste Änderung. Außerdem, ähm... Es gibt noch einen zweiten... Oder noch ein weiterer Aufladen. Nicht nur, dass hier so ein Charge-Ding ist, bis man wieder schlagen kann, sozusagen. Er ist von Attack-Speed bestimmt. Sondern es gibt noch einen weiteren, ja, Auflade- oder Charge-Mechanismus. Schaut mal auf das Schwert. Wenn ich jetzt schlage, dann wird das zunächst absinken. Und dann so, zip, einmal nach oben geschoben. Abgesogen, zip, wird's nach oben geschoben. Wird zack, nach oben geschoben. Und nochmal, zip, nach oben geschoben. So, nur wenn das Schwert so nach oben geschoben wurde, jetzt, wie es hier ist, im Ruhezustand, können einige Sachen ausgeführt werden. Nur wenn das Schwert oben ist, kann man ein Crit-Hit machen. Wenn das Schwert im Klick-Spam ist, kann man keine Crit-Hits machen. Kann ich kurz, ähm... Äh, nee, manchmal ja... Creeper. Ich setze meinen Creeper an. Wenn ich jetzt hier klick-spamme und springe, ja, man macht ja Crit-Hits, wenn man im Sprung, sozusagen, wenn man gerade fällt und dann auf den Mob klickt, ne? So, pass mal auf. Geht nicht. Also, ist nicht schlecht ausgeführt. Glaub mir, ne? Punkt mal. Ich... Man kann so... Man kann keine Crit-Hits auf diese Art und Weise machen. Nur wenn das Schwert hochgecharged ist, also jetzt hier so flupp, zack, oben angekommen, und ich jetzt hüpfe, dann kann ich Crit-Hits machen. Super easy. Kein Problem. Aber beim Klick-Spammen und Hüpfen keine Crit-Hits möglich. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Außerdem noch was. Ähm, dieses Hochchargen ist halt für Special-Attacks. Ein Critical-Hit ist ein Special-Attack. Geht nur, wenn es voll hochgecharged ist. Was auch nur geht, wenn es so hochgecharged ist, ist Knockback. Man kann, wenn man ein Schwert mit, ähm, Enchant, Spark, Knockback, Enchanted, und man beispielsweise hier einen Creeper hat, wenn man jetzt hier spammt, kann man nicht so einen starken Knockback machen, wie man normalerweise hätte. Wenn das Ding voll gecharged ist nach oben, und man jetzt macht, dann müssten diese etwas weiter fliegen und mehr Knockback abbekommen. Ähm, das zählt auch als Special-Attack. Und Sweeping-Edge, also Sweeping. Man kann aktuell, warte mal, vielleicht kann ich das hier, nur wenn es voll geladen ist, auch im Sneaken geht das übrigens nicht mehr, ne? Man kann die Sweeper, also erstens, stimmt, ich müsste eigentlich Enchanten. Ähm, Enchant. Spark. Sweeping 3 mache ich einfach mal. Ähm, Sweeping-Edge kann man nur, also die, man kann ja auch ohne Verzauberung hier diese Sweeping-Attacke so leicht machen, ne? Das geht aber jetzt nicht mehr. Man muss das Enchantment haben. Und wenn man das Enchantment hat, dann kann man übrigens auch, wenn man die Luft schlägt, ich schlage in die Luft und habe trotzdem die Sweeping-Attack. Das ging vorher auch nicht. Nur wenn man es getroffen hat, ist manchmal die Sweeping-Attack ausgelöst. Das ist sozusagen die dritte Spezial-Attacke. Und jetzt kann ich so wild um mich schlagen, sneakend, voll gecharged eigentlich. So, wenn ich klick, spamme, kein Sweeping. Äh, das hat gerade geleckt. Klick, spamme, kein Sweeping. Stück für Stück. Müsste Sweeping kommen. Leckt es gerade? Jetzt. Genau. Folgecharts, Sweeping. Folgecharts, Sweeping. Klick, spamme, kein Sweeping. Das ist auch noch so ein Ding. Also es wird ein bisschen komplexer gefühlt, eventuell. Naja. Außerdem bei Shields steht was von Warm-Up-Delay. Okay, ähm, würde ich mal in die Off-Wert nehmen. Es fühlt sich an, als würde man etwas schneller blocken können. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Ich hatte auch öfters mal das Gefühl, auch bei Suro oder durch Üben mit PvP, ähm, wenn jemand ein File auf mich schießt, ich blocke. Ich habe schon die Taste gedrückt, aber der Schuss macht mir trotzdem noch Schaden, weil das Schild noch nicht vor den Körper gezogen wurde. Und, ähm, das geht eventuell schneller oder so. Fühlt sich vielleicht zumindest so an. Außerdem, was noch interessant ist, wenn man sneakt und dabei einen Schild in der Hand hat, dann blockt man immer. Also ich sneake, ich drücke gerade keinen Rechtsklick, ne? Ich sneake, auch aus dieser Bezug, ich sneake und man blockt. Vollkommen automatisch, ohne Rechtsklick drücken. Hier, Hand ist frei, sneaken und das Ding blockt. Ähm, ja. Auch nicht schlecht. Also, stört es nicht, ähm, weil im Sneaken läuft man sowieso langsam. Und wenn man blockt, läuft man auch langsam. Und weil das halt zusammen vereinbar ist, dann kann man, wenn man sneakt, einfach automatisch immer blocken. Es stört einen, glaube ich, nicht. Außer vielleicht mit der Sicht, wenn man sich wo an sneaken will oder so. Aber das ist noch eine Schildmechanik. Und dann gibt es noch eine Änderung bei Entities. Und zwar, wenn man beispielsweise, äh, früher geschlagen hat, dann konnte man nicht unendlich Klick-Spam so gefühlen. Also, bam, 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 bam. Weil, also, oder hat man dem Mob nicht immer Schaden gemacht mit jedem Schlag? Weil das wurde dann so rot markiert. Ja, du schlägst, dann ist das rot. Und während es rot war, konnte man ihm nicht noch mal Schaden machen. Weil das war so eine Art, äh, Unangreifbarkeitstimer. Also, wenn ich jetzt hier Klick-Spam da brrrt, hat das, hat das immer nur Schaden bekommen, wenn es nicht mehr rot war, das Mob, ne? Jetzt ist es nicht mehr so mit einer Hacke. Du kannst immer Schaden machen, wie du willst, so viel du willst. Und selbst wenn fünf Leute gleichzeitig draufschlagen, dann würden die, ähm, Schläge so brrrt, instant einem Schlag durchgehen und das Vieh würde auch umfallen. So, und mit einer Hacke hat man natürlich eine höhere Attack-Speed. Muss der drin sein? Ne, ne, ähnlich. Ähnlich wie Sch... Ne, doch, Entschuldigung. Doch, höher als Schwert. Übrigens, Dreizeit hat weniger Attack-Speed, weil er halt, also, längere Reach, weniger Attack-Speed, ne? Sieht man auch hier eigentlich ganz gut, aber sowas in den Dreh. Okay, das ist auch noch so ein Ding, man kann jetzt so schnell an Mobs Schaden machen, wie man will. Ja, nice. Das wär's fürs Erste so von den Fakten. Wenn's was Neues gibt, erfahrt ihr das bei mir auf dem Kanal. Deswegen, äh, schaut immer mal rein. Und, äh, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr mehr über die General 1.14 sehen wollt, da hab ich an der Playlist angelegt, da gibt's nochmal die ganz anderen Features, die jetzt nichts im PvP-System zu tun haben, aber neue Items, Mobs und so weiter und so fort. Und ich klicke mich aus. Ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.